Willkommen zurück bei GTA Online und wenn dieses Verwaltungsrennen kein Totalabsturz wird, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Mit dabei wie üblich der Shadowrunner. Ich bin schon vor Jahren abgeschürt. Der Stormy. Eieieiei, ich bin auch tot. Und der Fjalk. GP1. GP1. Und ich habe jetzt was dazugelernt. Ja. Ja. Nämlich? Mein Auto ist rot. Das funktioniert aber nicht bei jeder Strecke. Der muss das weißen. Ich bleibe gelb. Gelb ist eine fröhliche Farbe. Ja, aber diese Hübenden Rüpfel. Ich habe die Hübenden Rüpfel verstanden. Mach erstmal das Licht aus. Dann seht ihr mich. Könnte mich mal vorbeilassen. Dankeschön. Mahnsüchtig langsam. Ja. Entschuldigung. Ich bin Arzt. Ich muss durch. Oh nein. Alter. Du brauchst höchstens ein Arzt. Nein. Das tut mir leid. Also ich meine sowas, das kann ich ja nicht planen. Ja, aber es erfreut dich. Ja, das schon. Aber ich kann sowas ja nicht planen. Was? Okay. Ich bin an den Dingen vorbeigestürzt. Was für ein fieses Geräusch. Ja, ich habe das Ding nicht mehr kommen sehen. Ich auch nicht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich wusste nicht, wo es jetzt auf einmal hingehen soll. Sagt mir auch bitte, was kommt, damit ich Bescheid weiß. Nee, die Überraschung nehmen wir dir nicht. Ah, okay. Ja, total spannend. Boah, was? Also bitte. Oh. Das Ding hat nicht mal Raketen. Ich muss mich zurücksetzen. Ich muss mich zurücksetzen. Eigentlich müsste ich ja vorne echt mal einen richtigen Fehler machen. Ja, das kommt noch. Ich habe gerade gedacht, wenn das hier hell wäre, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher zu fahren. Entschuldigung, oh mein Gott. Scheiße. Ich habe mich zu nah an nicht ran gefahren vom rüberziehen. Es tut mir leid. Er hat den Bacon gemacht. Ich bin immer, ich bremse sogar ab. Musst du doch sowieso, es geht ja bergauf. Nee, ich habe sogar extra jetzt bergauf, abgebremst. Hilfe für Feuer. Wow. Jetzt bin ich nicht zu langsam für den Looping, weil ich abgebremst habe. Scheiße. Aber doch, ich komme durch. Oh, doch. Reißen die Beschleunigung, Singer, ja. Oh, aber die Bodenhaftung, die wird zwischendurch ganz minimal. Da ist er ja wieder. Hallo. Alles war ausgeklüßen. Sehr schön. Ah, ich fliege mal ein bisschen weiter hoch. Da ist safe. Oh, Shadow will kommen noch an. Bin mir ganz sicher. Ja. Na ja. Zeppelin-Treffen gibt extra Punkte. Wow. Oh. Wie gut, dass du da durch mich durchstet bist. Ja. Da warst du zum Glück noch unsichtbar. Ich liebe das parallelgefahren mit dem Jalk. Das ist so geil. Oh, jetzt fahren kopfüber, fliegen kopfüber auf den Boden zu. Oh, ja. Ich habe gerade gemerkt, irgendwas stimmt doch nicht, wie sich das Ding hier steuert. Ja, ich setze mal zurück. Ich bin nämlich gelandet. Ah, selber. Ja, damit ich. Überraschung. Bei mir blinkt die ganze Zeit unten rechts die Position 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wenn wir jetzt auch spannend. 4, 4, 4, 4. Ah, ich schliebe das unten, auch gut. Ah, okay. Ein Glück, dass es zwei Kontrollpunkte gab. Ah, und das ist eine Palme. Die nehme ich auch nicht. Oh Gott. Das war eine ganz schlechte Idee. Aber wenn du die Dinger richtig fliegst, so wie sie angezeigt sind, kriegst du einen enormen Geschwindigkeitsbooster. Ja, das war mein Problem. Darauf plötzlich ein riesiges Gebräute und ganz viele Palme. Danke, mal schneller, warte mal schneller, warte mal schneller, warte mal schneller. Ich fahre jetzt nicht. Da kommt was so hinten übrigens. Hallo Freunde. Danke. Hier ist weg. Hier ist weg. Irgendwer ist da gerammt. Ich weiß nicht. Ich glaub ich war's. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas ist dann mit Wolken gewesen und Verwandlung und dann hab ich nicht mehr gesehen. Ja. Das Ding ist ja riesig. Ich hab ein bisschen Angst vor dem was jetzt kommt. das Ding ist ja riesig. Aber der muss im Alter sein. Hell, der muss nicht mehr sein. Ich habe nichts mehr gesehen. Die Verwandlung auf dem Kopf mit dem Flugzeug in ein Auto ist kontraproduktiv. Aber man hatte beim Pfeil, also ich zumindest, beim Schluss noch genug Zeit, es zu drehen. Ja. Das war gar kein Rundenrennen. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, du Sacknarrt. Gewinnt der nicht immer in der letzten Sekunde? Ey, jetzt wollte ich gerade noch an ihm vorbeiziehen und er zieht rüber, der Drecksack. Die ganze Zeit fährt er fair. Aber ich hab dich nur ganz vorsichtig angetächt. Der hat mich auch vorher schon weggeboxt. Der spielt immer unfair. Der hat zu bremsen können. Ja, klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir total leid. Nee, tut's gar nicht. Von mir immer sagen, dass ich... Du machst das ja gleich 15 Mal in einem Rennen. Das stimmt gar nicht. Wann hab ich das nicht in einem Rennen gemacht? Ja, warte, ich hab's dir aufgeschrieben. Warte mal. Heute ist nämlich... Was ist heute? Heute 18. Nein. Aber bin ich ja gespannt, was Stellung uns als letztes ausgewählt hat. Ein Klassiker. Ententanz. Fast Tiny-Tanz. Oh nein. Okay, dann bin ich jetzt am Arsch. Okay, ein... Achso. Zwei mit drei. Ja, zwei, drei ist gut. Ich bin immer froh, dass die Steuerung sich nicht... Beziehungsweise die Kamera nicht fest ist und sich dann damit die Durchsteuerung noch verändert. Achso, du meinst, dass du dann nach unten drücken musst, um nach unten geradeaus zu fahren und so, ne? Ja, sowas, genau. Ich glaube, wir haben das zwei Mal gespielt, aber schon vor Jahren. Das ist lange her. Ja, irgendwann letztes Jahr. Ich glaube auch. Als es neu war. Wieso fahre ich nicht los? Und wie soll ich ein pinkes Auto? Ich konnte nicht vor. Bist du dich damals schon immer eher losgefahren als alle anderen? Wo wir uns im Schwert hatten? Danke. Woll. Was hat auch mit Absicht gemacht? Genau, ich habe es mit Absicht gemacht, damit... Storm... Allgesehen. Allgesehen. Das ist voll mit Absicht gemacht. Überhaupt nicht. Irgendwer von euch hat mich weggerannt. Ich weiß echt, wie was ihr bei bestanden mag. Werde der Pinke? Ah, ich bin gar nicht der Lieder, ne? Fällt mir gerade auf. Ich habe jetzt, ich bin der Lieder, ne? Weil ich eben auch der zweite von links war. Yeah, geil. Oh, geil. Scheiße. Auf der links wariert und im Flug aus dem Auto... In die Bande fandet man eine ganz schlechte Idee. Ich dachte, ich wäre das Lieder, ne Auto. Oh, Mann. Das war jetzt Absicht. Habe ich gemerkt. Ja, aber komm. Ich meine, das musst du ja auch hier machen, weil du musst ja die anderen hinter dir lassen. Kann man aber auch fair machen. Nee. Pinkes Auto, pinkes Auto, pinkes Auto. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke, danke, danke. Entschuldigung, aber ich... Der hat da echt... Ich wurde da auch Richtung... Ich wurde da Richtung Mitte gedrängt. Ich war in der Mitte. Ja, aber ich wurde Richtung Mitte gedrängt, weil die Farbe anscheinbar so nach innen gewählt, weil ich bin eh tot. Äh, wie macht man denn hier? Oberlinke Schultertaste. Richtig. Das ist ja einer der Modi, die auch sonst gar nicht eigentlich gespielt werden, was ich total schade finde. Fuck. Ciao, ihr Loser! Ich bin an der Rekete vorbei. Zwei Runden mit drei Punkten? Oh, das kann dauern. Maaah! Ja, geht ganz schnell. Ich bin ein sehr schlechter Gewinner, kann das sein? Nee, überhaupt nicht. Ja. Oh, Entschuldigung. Da war eine Wolke. Ich hab nichts gesehen. Ja, ich sterbe. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Tja, wie ein Goddard-Shadow. Hab eine Vermutung. Ich auch. Ich auch. Äh. Weil er sagt, wie er eine Bombe hat. Nee, er hat vergessen. Das ist das flache Auto, was sich hochschmeißt. Das war, das ist viel gemeiner. Ja, also Frank hat das richtig gut gemacht. Und ich hätte auch, ob das auch nur gemacht, weil ich den Wagen hatte. Und hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Ja. Hätte in dem Moment abbremsen müssen, als ich das gesehen habe. Ja, wie viel das ist. In diesem Rennen muss man die anderen ja irgendwie wegdrehen, weil sonst fährt man unendlich wahrscheinlich. Ach, das ist doch Kapitalisten-Logik. Ey, ey. Ja, und wie ich gesagt habe, das passiert hier einfach, weil die Fahrbahn halt nach innen gewölbt ist bei den Stellen. Entschuldigung, Tja. Puh. Oh, und ich bin raus. Das war ein Problem. Wenn es doch mal die Bombe macht. Bam. Nein, ich war aber gerade wieder in der... Oh, zu spät halt. Doch alles fliegt hier. Wolke, den Kontrollpunkt. Ich finde, dass wir die Kurve beide versaut haben. Also ich glaube, da ist es manchmal auch zu sein. Ja. Du kannst die Raketen auch hier nach hinten abschneiden, irgendwie mit rechter Stick. Echt? Ja, okay. Wenn du dich nach hinten drückst, dann kann ich dich auch nach hinten abschießen. Ich habe meinen gloriosen Sieg auch gemacht. Halt! Geh weg! Halt! Leise. Okay. Bacon oder ich? Fuck. Hat nichts genutzt. Nee, der Shadow ist ja auch noch da. Erstaunlich, aber wahr. Oh, jetzt wird es aber... Aha. Spannend. Aber es ist da noch nicht vorbei. Ja, aber... Okay, tschüss. Na, schade, ich hatte kommen, wenn man nicht trifft. Geht, dann wird es noch halb spannend. Gratuliere, Shadow. Ja, ein Punkt, toll. Ja, ich habe auch was, haben wir nicht alle jetzt einfach... Ach so, nein. Nein, sch... Ja, und ich habe zwei. Ah, wie manche Spielmodi echt dazu führen, dass alle still werden, weil sie sich konzentrieren. Ah, kacke, die Bombe hat mich erwischt. Oh, wir warten nicht noch. Oh, mach dich direkt Platz, uns hat er gewonnen. Nein, ich komme nicht näher. Nein, ich komme nicht näher. Ja, toll, die Bomben benutzt ja viel. Ja, ja, deswegen lasse ich hier auch mal direkt hier. Ja, gut, jetzt hättest du dir was genutzt, vielleicht. Ja, ja. Ja, das Auto bringt hier, finde ich, gar nicht so viel, oder? Oder ist das einfach schneller? Es hat einen MG und es ist schneller. Ach so. Nein, danke. Ja, ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus in den Shadow. Der alte Rumpladeu. Ja. Ich gratuliere Shadow. Noch? Anscheinend nicht. Jetzt. Nein. Da ist er doch zwei Punkte. Uh. Uh. Das hat doch noch mal richtig spannend hier. Und jetzt muss ich noch die Runde wieder gewinnen? Nö, muss nicht sein. Man er zieht vorne weg. Ich weiß auch manchmal echt nicht, was er beim Start macht, das ist so lange. Nichts. Ich glaube, es gibt zu viel Gas. Ich weiß nicht, dass er da am Rand war. Das ist eine, war Lenkung umdrehen. Oh, wir haben irgendwen rausgehauen. Ja, mich. Das war mir. Da musst du hoffen, dass ich jetzt gut bin. Ja, ich hoff's. Ich hoff's ganz arg. Aber ich glaube, der Shadow jetzt nicht ordentlich scheiße baut. Kann man sich nicht mal drauf verlassen? Ja, 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 ja. So zum Beispiel. Okay, cool. Da habe ich die Scheiße gebaut. Das war einfach ein Bacon-Manöver. Ja, ja, ja. Das war eine Verbindung aus beidem. Also noch eine Runde. Ja, das ist aber definitiv die letzte Runde der ersten Partie. Das Geile ist, das kann jetzt ja so ein paar mal blühen, ne? Weil man gewinnt. Die hätten es vielleicht andersrum einstellen wollen. Nee, ich weiß es nicht. Eigentlich hätten wir eins mit fünf machen sollen. Naja, naja. Oder fünf mit eins. Irgendwer hat eine Rakete von euch. Ich leide da nicht. Oh, schatz. Ich hab's schon versucht, weil ich nicht sicher war. Okay, ich hab das mit ihm. Na, komm schon. Nee, ich lass dich vorfahren. Ich bin doch nicht so blöd und fahr hier hinten rein. Oh, scheiße. Dafür bin ich jetzt so weit hinten. Nee, 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 nee. Ja, ich bin wieder im Kreis. Gott sei Dank. Äh, was? Oh, ich hab wohl gehuppt. Tschüss, die Ecke. Man darf nicht huppen mit diesem Auto. Ja, nee. Also ich hab tatsächlich extra noch gebremst, damit ich um die Kurve rumkomme, aber gleichzeitig wohl gut. Blöd. Nein! Nein, 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 nein. Nein! Fuh! Ich hasse euch! Der Bacon gewinnt. Oh nein, invertierte Steuerung. Ich kack ins Essen. Jetzt ist vorbei. Ach, deswegen bin ich nicht mehr gefahren. Ja. Jetzt macht er noch hin. Ach so, oh. Hatte ich die aufgenommen? Ja, oh, scheiße. Ja, und das Ganze machen wir eventuell fünfmal. Oh, Mann. So knapp. Warum hab ich die wenigsten Punkte? Weil einfach... Ist so. Weil Baum. Äh, Bratweine. Kokosöl. Na, ich sag jetzt, du tust nix. Gute dringerauf warten. Kubanmütze. Kubanmütze? Was? Ich glaub, er will fluchen. Er hat jetzt einen Ladebildschirm. Ja. Und es hat vorbei. Er hat jetzt einen Ladebildschirm. Weil das normal ist. Lecker aufräumen. Warum machen wir jetzt das pinke Auto? Weil das normal ist. Ich bin in deiner Mitte. Nein! Komische Geräusche. Hat er voll was gebracht. Ach ja, das Raketen aufgenommen. Ich hab mich noch kurz gefreut. Ich hab die Bombe gleich besser weg. Ja. Scheiß Banden. Was für den Storm? Nee, krieg ich nicht mehr. Nee, glaub ich nicht. Nee, glaub ich nicht. Ja, ist ja nur ein Punkt. Ja. Das bringt ihm trotzdem nix. Nö. Weil der... Irgendwer anders gewinnt. Oh, scheiße. Aber nicht nur raus in die Runde. Oh, ich fahr auch gar nicht mehr los. Bleibt jetzt eigentlich meine Leiche liegen, bis er wiederkommt und könnte ich dann im Weg stehen. Das wäre cool. Keine Ahnung. Aber ich glaube fast nicht. Nee, ich glaub's auch nicht. Ähm, ähm. Ich glaube auch nicht, dass wir es so weit schaffen würden. Äh. 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 Was hier denn dann eigentlich? Gibt's wahrscheinlich gar keinen Punkt, ne? Ja. Dann geht's danach, wer weiter vorne war. Das wäre in dem Fall dann der Shadow gewesen. Sicher? Nämlich, ich hab keine Ahnung. Lass uns ausprobieren. Nächstes Mal schießt du dich einfach mit weg. Eigentlich ist das Sinn dieses Autos, ja, dass es schneller ist. Aber dadurch, dass Aufholen an ist, negiert sich das vollkommen. Hahaha. Es ist irgendwie sehr interessant. Nein, 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 nein. Naja, klasse. Äh, hat auch nichts gebracht. Nein. Wie genau schießt man Raketen nach hinten, kann man jetzt noch mal einer erklären? Also ich, ich hab's eben auch nicht mehr geschafft. Vielleicht geht's dann doch nicht. Aber ich hab mal, weil ich bin einmal, ich hab das Gefühl, ich hab nach hinten geschossen. Mir war so. Vielleicht ist eigentlich, eigentlich hab ich, eigentlich hab ich nur, auf den Knopf gedrückt, aber nach hinten gedrückt. Ich glaub, ich weiß es nicht mehr. Ich hab den rechten Knopf drücken, äh, steuert den Minster. Oder nach hinten drücken, ne? Ein von beiden. Aber nach hinten, glaub ich, drücken was. Keine Ahnung. Und jetzt hupen. Oh, das kann fettig bei dem Auto. In Kurven. Wer außer Bacon würde das machen? Ja. Ich hab das, ich glaube, der trainiert das auf jeder Strecke, ob das hier gut kann. Wie soll man bitteschön hier gewinnen? Man gewinnt hier nicht dadurch, dass man als Erster durch die Ziellinie fährt, weil es gibt keine Ziele. Versuch ich jetzt. Wie gewinnt man denn im Leben, indem man sich Freunde macht? Verdammt. Ja, war gut. Ja, jetzt. Macht das Sinn. Nein, macht das nicht. Nein, macht das nicht. Warum macht ihr das? So gemein. Das war der Bacon. Richtig tot. Oh, da wird jemand gleich die Störung inventieren. Äh, äh. Scheiße, ich hätte es wahrscheinlich doch noch. Ich habe vergessen, dass ich es aktivieren muss. Dann hätte ich noch aufgeholt. Ja. Äh. Äh. Ja, ich kann einen Punkt erzielen. Ja, was mir spontan eingefallen hat, ist, wie investierte Steuerung funktioniert. Ist da auch Gasbremse inventiert dann? Ja. Ja. Und deswegen bleibt man stehen. Und das ist, äh, das Problem. Ja, das ist, äh, schlecht dann, ja. Warum? Warum? Warum macht ihr es? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wir müssen die nur rumsen. Was ist da los? Ja. Ja. Und das spielen wir jetzt noch drei Stunden lang. Ja. War schon? Oh, cool. Ja. Okay. Ich werde es einfach fiat gewinnen lassen. Und das ist endlich vorbei. Nein. Stormy, wir müssen uns anstrengen, damit es weitergeht. Immer weiter. Was ich kriege, wenn ich dich gewinnen lasse? Äh. Ja. Was du jedes Jahr kriegst. Niggas. Ich guck mal, erst mal ein langer Ladebildschirm. Für nichts und wieder nichts. Da laufen jetzt kleine Männchen mit kleinen Besen über die kleine Strecke und machen den kleinen Trommabäckchen. Ja. Aber das will ich sehen. Ich bin dabei auf der kleinsten Violine der Welt. Das klingt mir nach Banjo und Mundharmonika. Der Junge mit der Mundharmonika. Ich darf es gerne überholen. Na ja. Hör auf mich zu schießen. Hör auf mich zu schießen. Hör auf mich zu schießen. Nein. Scheiße. Hat auch getroffen. Bei mir saß er so, als wenn die beide an sich vorbeigeflogen. Wäre erreden. Okay. Das war gut. Da kam der heiße Schleicher von hinten. Das hat ja in der letzten Stunde schon nichts gebracht, den ersten Punkt zu machen. Ich könnte mal aufhören. Ich muss hier langfahren. Warum bremse ich da mich blöd? Ich war auch schon gerade vorbei. Das ist nicht weit weg. Stella. Wo ist denn das hier? Nightline. Hieß das Nightline? Oh nein, kurz vorm Reinschlüben. Ich weiß nicht, ich schaffe es auch nicht mehr. Ja, ich kann auch gleich stehen bleiben. Ja, du lässt den Ferkel gewinnen. Ja. Der lädt mich auch zu seinem Geburtstag zum Frühstück ein. Mich hat er auch reingeladen. Hat nur leider keine Zeit. Wow. Ja, okay. Schön. Doofheit. Jetzt hat er sich vernichtet zum Quatsch. Ja, und es geht, Raketen nach hinten zu schießen. Ihr müsst einfach nur auf den rechten Controller drücken und dann die Rakete abschießen, dann geht die nach hinten. Ja, hab ich doch gesagt. Also eigentlich, wir auch. Man muss einfach nur nach hinten gucken und dann die Rakete abschießen. Ja. Nein. Vielleicht будет hier zusammen. Ich bin nicht gefallen. Ja. Boah. Ja. Ja. Aber ich bin nichtήσig. das hat sich bei mir auch nicht was bringt das maschinengewehr überhaupt du kannst damit die leiten zu schießen okay ich hatte halt immer das gefühl dass das überhaupt keine ausfolgung hat wenn ihr auf einen schieße die reifen platzen halt da habe ich glück das schreck das auto bekommen hat das ding sauter ja den heber weil der ist glaube ich langsamer sonst hätte ich nicht auf ihn aufgeholt oder haben wir aufholen eines kann natürlich auch sagen ja es auch schon die ganze zeit ein war nicht gut es reicht nicht fliegen und heißt vielleicht könnte jetzt gewinnen das war hin an wir wollen jetzt nicht druck auf ihn ausbauen was wir schon peinlich wenn das nicht wo ja danke womit diese steuerung cool als gute weiter direkt in der beschreibung gesehen dass das bekommen der e-mail der jahre wozu nützt nichts mehr wenn du gegen die wand fährt ja ich konnte deswegen ich habe ein punkt ja jetzt muss es aber langsam machen ach jetzt muss ich machen dann mache ich jetzt ich fahre ich fahre unglaublich unglaublich am ende gewinnt der bäden ja das ist rechtlich das stormys warum machst du das ja danke wünsche dir einen qualvollen schnellen ich habe doch extra bin doch extra so gefahren dass du keine rakete schießen kann bacon hat gewonnen ja so sieht das aus die ganze zeit darauf hingearbeitet natürlich 38.000 dollar wie ich bekommen das freut er sich ganz zivilisiert ja dann gucken wir uns aber noch mal eben kurz an wer insgesamt gewonnen hat glaube damit bin ich auf dem dritten platz oder näher auf dem zweiten der feld ist trotzdem vorne so neustart ist ganz und noch mal und wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschüss 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 tschüss